Lauf, Rock! Niemand ließ die Straßen heißer brennen als sie. Jetzt stehen sie auf der Abschussliste der Triaden. Seit ich dich getroffen habe, stecke ich immer wieder in der Scheiße. Und sie freuen sich riesig drauf. Auf zwei! Klar! Wieso? Wir gehen auf drei! Wir haben keine Zeit für drei Recherlons! Na dann lassen wir es mal krachen. Tut mir leid. Mel Gibson, Danny Glover und Jet Li. Prachtvoll! Liesel Weapon 4. Mittwoch, 20.15 Uhr. Pro 7. Pro 8. Mittwoch, 20.15 Uhr. 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 Pro 9. 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 Mittwoch,